Moin Leute, schön, dass ihr da seid. Es gibt große Neuigkeiten, deswegen schreibt am besten mit. Denn jetzt am kommenden Sonntag, den 8.8., gibt es einen Zauberworkshop in Berlin und das Ganze mit mir. Das heißt, wir lernen gemeinsam zaubern und wir reden über gewisse Techniken, also zum Beispiel Münztricks, wie man eine Münze erscheinen lässt, wie man eine Münze verschwinden lässt und vor allem aber, wie ihr aus so einem kleinen Trick eine ganze Routine basteln könnt. Also wie macht ihr aus einem Münztrick vielleicht zwei bis drei Minuten, die ihr auf der Bühne präsentieren könnt, die ihr bei Auftritten zeigen könnt oder für Social Media oder fürs Fernsehen. Wir reden über ganz vieles, auch natürlich über Kartentricks. Alle wollen Kartentricks. Ich zeige euch ein paar Kartentricks und vielleicht, wie ihr eure Techniken verbessern könnt mit Karten. Allgemein, wie man einfach eine Show gut eröffnet, wie ihr euch etabliert auf der Bühne. Und ihr könnt mich alles fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt zum Wettbewerb, also warum sich eine deutsche Meisterschaft oder eine Weltmeisterschaft lohnt. Ihr könnt fragen, ob es sich lohnt, beruflich Zauberer zu sein. Aktuell nicht. Aber über all das reden wir. Der Workshop ist jetzt am Sonntag am 8.8. geht von 12 bis 16 Uhr. Vielleicht auch 16.30 Uhr, wenn ich wieder ins Reden komme. Und dafür könnt ihr euch anmelden. Der Link ist in der Videobeschreibung. Es gibt nur zehn Plätze, weil wir das sehr klein und exklusiv halten möchten, damit ihr auch was nach Hause nehmt, damit ihr was lernt. Es gibt ein gratis Kartenspiel, es gibt ein gratis Seminarheft und es gibt Snacks und Getränke. So. Hab ich. In diesem Sinne. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen am Sonntag in Berlin. Und falls ihr nicht aus Berlin kommt oder sagt, ah Mensch, ich habe da keine Zeit. Mich würde sehr mal interessieren, wo kommt ihr denn eigentlich her? Also wenn ihr sagt, Mensch, so ein Workshop in Düsseldorf, in Hamburg, in München wäre geil, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und vielleicht, vielleicht gibt es ja dann so eine kleine Workshop-Seminartour und wir lernen uns alle mal kennen und saubern gemeinsam. Also in diesem Sinne, alles Gute für euch und bis zum nächsten Video. Macht's gut.